Der Bus hielt genau vor dem Eingang. Eigentlich war der ganze Komplex eine eigene Stadt, eine von weitläufigen Grünflächen umgebende Welt für sich. Eine eigene Stadt, die mit Sonnenmodulen auf dem Dach ihren Strom zum Teil selbst produzierte. Drinnen fand man alles, was man brauchte. Cafés, Imbiste, Restaurants, dazu im Freien eine weinbewachsene Pergola, Orte, die kulinarisch keinen Wunsch offen ließen. Eine Bank, eine Reinigung, ein Konferenzraum, ein Feinkostladen, einen kleinen Souveniershop, eine Fahrradwerkstatt. Die Kinder zeigten sich stets begeistert von der riesigen Spielfläche im zweiten Stock. Und überhaupt nicht zu verachten, die Betten waren breiter als Dahlhoffs Liege daheim. Es gab hier sogar Tage, da musste man einfach nicht aufstehen. Überall Menschen, die nur darauf warteten, kennengelernt zu werden. Überall interessante Entdeckungen, die getätigt sein wollten. Schwanger gehen, mit unendlich vielen Möglichkeiten. Sollte das Leben nicht genau so sein? Dahlhoff seufzte und atmete tief durch, wie an jedem anderen Morgen, wenn er sich in der großen Eingangshalle einfand. Die geräumige Eingangshalle, sie kombinierte Eleganz mit einer gastfreundlichen Atmosphäre, die man durchaus als kosmopolitisch bezeichnen durfte. Im kostbar wirkenden Marmorboden der Halle war das Wappen des Hauses eingelassen. Hier wollte Dahlhoff ein Teil des Ganzen sein, ein kleines Rädchen im Getriebe. Hier konnte er die Welt da draußen vergessen, dem Alltagsstress entfliehen. Dahlhoff wollte, dass man ihn am Salatbuffet des Feinkostladens mit Handschlag begrüßte und wünschte sich vielleicht eine Ramona zu finden, mit der er das restliche Leben verbringen und genießen konnte. Hier oder anderswo. Denn Dahlhoff war bereits aufgefallen, dass im Haus alle weiblichen Angestellten und Arbeitskräfte Ramona hießen. Warum auch immer. Er lächelte den etwas konfus wirkenden älteren Herrn an, der mit seiner Ramona in der Eingangshalle Lust wandelte. Lautstark redete sie auf ihn ein. Augenscheinlich machte sie ihm irgendwelche Vorwürfe, weil er am Vorabend nicht erreichbar gewesen war. »Ich bin nur ganz kurz in die Kneipe«, entschuldigte sich der Mann recht kleinlaut. »Ich habe nur ein Bier getrunken.« Dahlhoff lachte kurz in sich hinein. Etwas voreilig wollte er bereits ausschreien. »Niemand, absolut niemand, trinkt nur ein Bier in der Kneipe.« »Aber halt, nein.« »In diesen heiligen Hallen verhielt man sich solidarisch.« »Hier waren alle Freunde.« »Hatte er«, rief Dahlhoff der älteren Ramona zu. »Ich saß am anderen Ende des Tresens.« Er fühlte sich plötzlich von einem riesigen Wattebausch des Friedens umgeben. »Um ein Haar hätte er die beiden umarmt.« »Nein, das war dann doch zu viel des Guten.« Da kam auch schon die nette Frau Moll herbeigerauscht. Na, sie war nicht nur nett, sondern ausgesprochen hübsch und stilvoll. Ja, regelrecht mondän, eine Grazie, wie für die Eingangshalle, die an Marmorboden gemeißelt. Frau R. Moll war im Haus verantwortlich für alle Arten von Rauschzuständen, respektive das gepflegte Wegtreten. So etwas gab es hier auch. Noch ein weiterer Pluspunkt. Mit ihr hatte er im Namen seiner lieben Mutter alle Details besprochen und geklärt. Seine Mutter war ihm dafür sehr dankbar gewesen. Dahlhoff lächelte wieder freudig, aber Lamoll schaute, als würde sie im Moment gar nicht wissen, wer er denn sei. Natürlich konnte das nicht sein, aber es machte auch nichts. Über kurz oder lang kam man hier jedem näher. Gemeinschaft wurde großgeschrieben. Und im Café ins Gespräch kommen, das war sowieso kein Problem. Genau, das Café. Dort wollte Dahlhoff nun hin. Schließlich hieß es, fühlen Sie sich wohl in dem holzvertiefelnden Ambiente und lassen Sie sich verwöhnen. Die Kaffee ohne Milch, nicht wahr, Herr Dahlhoff? So musste es sein. Und wenn die blonde Bedienung mit den Papageien schaukeln, bei der er nur mutmaßen konnte, dass sie auf den Namen Ramona hörte, dann auch noch lächelte, dann war Dahlhoffs Glück perfekt. In den gemütlichen Gasträumen können es sich jung und alt gut gehen lassen. Am späten Nachmittag betätigte sich sogar ein Pianist vor Ort. Dann würde Dahlhoff die Augen schließen und ein wenig von Malaysia träumen. Von der Gegend, in der sich das Matang Forest Reservat befand, wo vielleicht gerade ein neuer Baum gepflanzt wurde, weil in diesem Haus Handtücher ein weiteres Mal benutzt worden waren. Die grüne Tat eines grünen Hauses, dem Umweltpartner der Stadt. Manchmal steckte ihm die blonde Bedienung mit den Papageienschaukeln auch noch einen Apfel oder eine Banane zu. Sie müssen was essen, Herr Dahlhoff. Wenn ihm das Fell juckte, bestellte Dahlhoff jedoch eines der kleinen Gerichte, die ihm Kaffee angeboten wurden. Produkte und Zutaten aus unserer Region, leicht und hochwertig. Auch in Sachen Kultur gab man sich hier sehr erfinderisch. Dahlhoff wollte ins kleine Kino, um zu schauen, ob dort bereits die angekündigten Originalstummfilme liefen. Als er gerade die Rolltreppe verließ, klingelte sein Handy. Seine liebe Mutter? Wie? Entlassen? Wie zurück im Altenheim? Wie? Das ging doch nicht. Das ging doch wirklich nicht. Er konnte das hier doch nicht einfach so aufgeben. Zu mir nichts, dir nichts. Die Mission musste weitergehen. Seine Mission. Was wurde aus dem Mitbewohnern seiner lieben Mutter? Und was wurde aus Frau Moll ohne ihn? Er konnte sie doch nicht einfach so allein lassen mit ihrem Schicksal. Nein, das ließ sich Dahlhoff jetzt nicht nehmen. Er wollte selbst entscheiden, wann er zu gehen hatte. Er wollte seinen Abschied selber planen und inszenieren. Dahlhoff atmete noch einmal tief ein. Tatsächlich, da war es, dieses Rasselgeräusch in der Lunge beim Ausatmen. Ganz deutlich. Dahlhoff war erleichtert und Entschlossenheit löste das Entsetzen als seinen primären Gesichtsausdruck ab. Er nickte wie zur Bestätigung und schritt dann voller Vorfreude auf die Notaufnahme zu. Dahlhoff war erleichtert und Entschlossenheit löste das Entschlossenheit löste das Entschlossen und Entschlossenheit löste das Entschlossen und Entschlossen und Entschlossen. Dahlhoff war erleichtert und Entschlossenheit löste das Entschlossen und Entschlossen und Entschlossen.